Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Wo möchtest du gerne hinfahren? Lass uns doch zum See fahren. Ich mag den See nicht. Du warst doch sonst immer gerne am See. Wo möchtest du denn hinfahren? Lass uns nach Loc Maria fahren. Das geht nicht. Ich will morgen nach Loc Maria. Das Konzert ist am nächsten Samstag. Außerdem ist es Winter. Warum fragst du mich dann? Untertitelung. BR 2020 Untertitelung des ZDF, 2020